Musik 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 Und wichtig ist dann immer schief, immer an der Grete entlang und wirklich immer Einzug. Also keine Doktorarbeit machen, bin ich nicht, bin Koch. Ich muss das jetzt 20 Minuten lang berühren, das ist schon sehr wichtig. Warum gibt es immer Azubis in der Küche? Gutes Risotto, kocht man immer noch. Das ist immer nur auf den Punkt und das wird erst in letzter Minute gekocht. Und meistens ist das immer das Heiligtum vom Küchenchef. Weil ein gutes Risotto macht einfach einen guten Küchenchef aus. Darf ich es rausnehmen oder was? Noch nicht. Drei Minuten muss er blubbern. Ich mache das jetzt noch nicht rein, oder? Okay. Drei Minuten muss ich, wie ich bin? Untertitelung des ZDF, 2020